Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10467 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Morgens habe ich oft diese Kopfschmerzen und ich weiß nicht, woher sie kommen. Morgens habe ich oft diese Kopfschmerzen und ich weiß nicht, woher sie kommen. Hast du kein Mitgefühl? Warum bietest du ihr nicht deine Hilfe an? Hast du kein Mitgefühl? Warum bietest du ihr nicht deine Hilfe an? Bald bin ich so groß wie du. Es dauert nur noch ein paar Jahre. Bald bin ich so groß wie du. Es dauert nur noch ein paar Jahre. Bald bin ich so groß wie du. Es dauert nur noch ein paar Jahre. Für Notfälle haben wir immer einen Vorrat an haltbaren Lebensmitteln. Für Notfälle haben wir immer einen Vorrat an haltbaren Lebensmitteln. Für Notfälle haben wir immer einen Vorrat an haltbaren Lebensmitteln. Eine effektive Methode ist das Lernen von Vokabeln in ganzen Sätzen. Eine effektive Methode ist das Lernen von Vokabeln in ganzen Sätzen. Eine effektive Methode ist das Lernen von Vokabeln in ganzen Sätzen. Ich muss den Wohnwagen vorwärts schieben. Er braucht mehr Abstand zum Baum. Ich muss den Wohnwagen vorwärts schieben. Er braucht mehr Abstand zum Baum. Ich muss den Wohnwagen vorwärts schieben. Er braucht mehr Abstand zum Baum. Ich habe einen Ort des Friedens gefunden, an den ich immer wieder zurückkehre, wenn ich allein sein möchte. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann habe ich mit einem Schlag fangen. Und ich muss die Schafe werden. Dann ein Kind ist einfach für das Lernen von Schütz. Und dann kann ich eine Saison in die Schafe kommen. auch nach der Gesicht zusammenkennen. Also, der Von Schwellen soll das auf diesem Auto aufnehmen. Und dann kann ich die Schölzen. Und dann können wir über so schnell kommen. Und dann kann ich da ein bisschen weiterentwickeln. Vielen Dank.